Und meistens haben diese Zugriffsrechte natürlich Menschen. Und dann ist es natürlich naheliegend, wenn dieser Mensch infiltriert ist oder ihm sein Exesrecht genommen wurde, dann wird es gefährlich. Wenn er aber anfängt zu investieren, dann ist die große Kunst, richtig zu investieren. Und da würde ich auch die Empfehlung geben, never walk alone. Da brauchst du auch wieder Berater, Austausch, einer, der mit Zigarette raucht oder sich eine Zigarette anzündet. Das ist nur kein Feuer. Du musst nämlich unterscheiden können, ob jemand das Feuerzeug in einen Papierkorb wirft oder zum Beispiel einen Molotow. Und dieses Unterscheiden ist extrem wichtig. Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann. Ja, und damit auch wieder herzlich willkommen zu unserem Human Firewall Podcast, zu dem ich heute Dr. Ralf Schneider begrüße. Und Ralf ist langjähriger Manager und auch Vorstandsmitglied bei der Allianz. Zuletzt als Group-CIO, also global verantwortlich für das Thema Information. Ist seit über 30 Jahren bei der Allianz, also wirklich blickt auf eine sehr lange Erfahrung zurück in dem Bereich. Hat in dem Bereich auch das Thema Security verantwortet. Das tut er auch heute noch als Head of Cybersecurity und Senior Fellow bei der Allianz. Er engagiert sich aber auch davon ab, zum Beispiel auch als Chairman der Cybersecurity Sharing and Analytics e.V. Das ist ein Verein, bei dem viele große Unternehmen eben sich austauschen zu IT-Sicherheitsthemen. Ist auch der Vertreter der Allianz bei der DCSO, bei der Deutschen Cybersicherheitsorganisation, und Boardmember im Digital Society Institute der ESMT in Berlin. Da haben wir uns auch kennengelernt, weil wir uns zum Thema KI ausgetauscht haben, was wir auch heute machen möchten. Aber damit erstmal herzlich willkommen, Ralf. Ich begrüße dich sehr auf unserem Podcast. Ja, Niklas, herzlichen Dank. Sehr schön. Ja, also ich habe es schon gesagt oder angedeutet, wir haben sehr viele Themen, durch die wir heute eigentlich durch möchten. Aber vielleicht erst nochmal so von Anfang an. Also du blickst ja wirklich auf eine sehr lange Karriere im IT-Bereich zurück. Du hast im Grunde mehrere Phasen da wahrscheinlich ja auch miterlebt und auch eben das Aufkommen des Themas IT-Sicherheit. Wenn du jetzt mal so auf diese 30 Jahre Erfahrung auch zurückblickst, was hat sich da verändert oder vielleicht nochmal ganz konkret gefragt, kannst du dich noch erinnern, was war so das erste Mal, als du als Chief Information Officer mit dem Thema Sicherheit konfrontiert warst? Also ich würde zwei Momente in meinem Arbeitsleben da beschreiben. Der erste, der ist über 20, vielleicht sogar 25 Jahre her. Da war es das erste Mal, als es mit dem Internet begonnen hat. Und da war ein Wurm. Und der Wurm hat sich verbreitet. Das war ganz am Anfang. Keiner wusste genau, was sind Würmer und so weiter. Aber das hat man dann nicht so ernst genommen. Das konnte man auch relativ schnell lösen. Der richtige Compelling Event, und da war ich auch Grupp CIO, war 2013. Und zwar, da gab es zwei große Ereignisse. Das erste große Ereignis war Snowden Disclosure. Also man wusste plötzlich, was alles möglich ist in Cyber oder Cyber-Attacken oder Cyber-Überwachung, Cyber-Interruption. Und das zweite große Event war nicht nur, was alles möglich ist, sondern was auch wirklich gemacht wird. Und das war das Abhören des Telefons von Angela Merkel. Und das war beides in 2013. Und damit war mir klar, da rollt eine Lawine auf uns zu, die eigentlich noch betreffen wird. Ja, es ist super spannend, wie du es beschreibst. Weil gerade wenn wir uns die Würmer angucken oder die Viren, also wenn ich mich jetzt mal so an meine ersten Schritte mit dem Computer erinnere, dann gab es da natürlich Viren und es gab Antivirus-Programme. Aber da waren ja jetzt keine Kriminellen so richtig, die uns da angegriffen haben, sondern das war so ein bisschen eine Spielerei. Konnte natürlich jetzt bei so einem sehr komplexen Unternehmen wie einer Allianz, die weltweit aktiv ist, sicherlich auch eine Menge Stress verursachen, denke ich mal. Aber es ist eben nicht so, dass organisierte Verbrechen oder Geheimdienste gegen, die wir da gekämpft haben. Wie seid ihr denn damals dann hingegangen? Also es gab mit Sicherheit natürlich IT-Sicherheit als Einheit, als Funktion. War das dann plötzlich, saßen die mit am Tisch? Oder ist es auch eher so graduell über die Jahre nochmal verlaufen, dass das Thema wichtiger wurde und das auch sichtbar dann wichtiger wurde? Ja, ich würde schon sagen, 2013 war ein Big Bang für Cyber Security. Das Verständnis, das auch heute noch immer wieder zu fokussieren ist oder rüberzubringen ist, ist das Folgende. Nämlich es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen IT und Informationssicherheit und Cybersicherheit. Natürlich benutzen beide die gleichen Technologien, aber es ist ein Unterschied. Ich möchte es mal so erklären. IT verwendest du, um deine Wettbewerbsfähigkeit in deinem Business zu steigern durch Produktivitätssteigerung oder Qualitätserhöhung. Das ist das eine große Thema, weshalb du IT über Automatisierung an Qualitätssteigerung und Produktivitätssteigerung rankommst. Das zweite große ist, dass du neue Produkte innovativ bist und damit nicht nur wettbewerbsfähiger bist, sondern auch die Topline, also mehr Umsatz machst, also Produkte mehr verkaufst. Das ist IT. Informationssicherheit, wie du genau gesagt hast, ist ein ganz anderes Business-Modell, würde ich sagen. Nämlich du musst dich gegen kreative Angreifer verteidigen. Also State-Sponsored, im Moment auch geopolitisch gegen Staaten. Du musst dich gegen kriminelle, kriminelle Organisationen. Du musst dich gegen Aktivisten verteidigen. Du musst die Angriffe abwehren. Und damals, in 2013, war uns das schon bewusst. Und wir haben damals das Allianz Cyber Defense Center gegründet, weil wir gewusst hatten, Kreativität, Menschen, die kreativ sind, ausgestattet mit wirkmächtigen Software-Tools greifen uns an. Und eine der ersten Sachen, die wir damals auch abwehren mussten, damals war ganz groß ein Comdidos-Attack. Aber auch schon die ersten Beginn von Ransomware, also Verschlüsseln. Aber natürlich bei weitem nicht so clever gemacht wie heute. Und das ganze Thema rund um Schwachstellen war auch noch das große Thema. Aber wir wussten, du musst dich verteidigen. Und diese Verteidigung machst du jetzt auch in zweierlei. Du musst extrem wettbewerbsfähig sein. Also du musst mit diesen Angreifern mithalten können. Und das andere, das Gegenstück zur Umsatzsteigerung, heißt bei Cyber Security, du musst die Cyber-Resilienz erhöhen, durch Cyber-Risiken runterfahren. Und diese zwei großen Themen, Cyber-Resilienz erhöhen, global in der Allianz und Cyber-Wettbewerbsfähigkeit, aber da gegen die Hacker, diese zwei Themen hatten wir schon seit 2013. Und es ist ein Wettrennen gegen die Hacker und es wird nur noch anspruchsvoller. Ja, weil auch die Gegenseite natürlich aufrüstet und jetzt wirtschaftlich extrem erfolgreich ist. Vielleicht, wenn wir das nochmal so ein bisschen auseinanderziehen, also stelle ich mir sehr spannend vor als CIO, genau diese beiden Herzen, die in der Brust schlagen. Zum einen das Business unterstützen, digitale Geschäftsmodelle entwickeln, aber auch zu unterstützen. Das ist in der Versicherungsbranche, glaube ich, kann man so sagen, in den letzten 10, 20 Jahren ein enormes, enormer Trend gewesen oder in den letzten 10 Jahren eigentlich losgegangen, dass man eben auch sagt, wir wollen auch das, was wir anbieten, stärker digitalisieren und dort auch bessere Services bieten und gleichzeitig eben dieses Cyber-Thema. Für eine Versicherung natürlich, würde ich jetzt mal einfach vermuten, ist man vielleicht ein bisschen näher dran, weil man sich eh die ganze Zeit mit Risiko beschäftigt. Aber wenn ich mich sonst so unterhalte, eben mit C-Level-Menschen, dann sagen die manchmal auch, ah, ist aber auch manchmal schwierig, meinen Kollegen da im Vorstand und meinen Kolleginnen im Vorstand, das Thema näher zu bringen. Ist das hier etwas einfacher, weil man sich eben im Kern mit Risiko beschäftigt als Versicherung? Ich würde ganz klar sagen, ja, weil 2013 ein Cyber-Defense-Center aufzubauen und seitdem in Sicherheit zu investieren, ist, glaube ich, nicht sehr weit verbreitet gewesen. Und ich denke schon, genau dieses Risiko-Gesichtspunkt ist entscheidend. Vor allem Allianz hat ja schon immer den Claim gehabt, we secure your future. Und man muss sich sagen, für Organisationen ist natürlich ein Cyber-Angriff, kann das Sacken-Dev sein. Und dieses Denken, dass man dieses Risiko auch beherrschen muss, das war natürlich für einen Versicherer klar. Natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Jetzt sind es praktisch IT. Und es ist sozusagen keine Risiken, die man in der analogen Welt hat, sondern plötzlich tauchen da Risiken in der digitalen Welt. Und auch da muss man sich natürlich auch RAM testen, weil zum Beispiel ganz wichtig in der, ich sage mal, analogen Welt, ist die Quantifizierung von Risiken. Das ist extrem entscheidend. Und quantifiziere mal Cyber-Security-Risiken mit Black-Swan-Effekte. Wie willst du das sagen, wo als erstes und priorisiert investiert man denn? Also das war, glaube ich, das Entscheidendere. Nicht, dass wir sowas tun müssen, sondern wie investieren wir effektiv, um die Risiken, aber auch gelernt in der Versicherung, priorisiert nach unten zu bekommen. Damit hast du ein wichtiges Stichwort oder Gedankengang schon mal auch angesprochen. Auf Null geht es nicht. In der Risikowelt, und das wissen eben Versicherungen seit Hunderten von Jahren, geht es nicht auf Null, sondern man kann sie managen. Was wir heute in vielen Unternehmen natürlich wissen und tun, Risikodiskussionen, das heißt, wir haben da unsere Matrix, Einfalls- oder Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe, ist etwas, was nun in immer mehr Unternehmen natürlich passiert. In den großen Unternehmen ist es auch immer schon lange passiert. Aber dieses Gefühl natürlich zu entwickeln, ein Risiko, was ich gar nicht so richtig beziffern kann. Und 2013 gab es ja auch noch nicht diese Vielzahl an Fällen, wo wir auch wirklich, heute ist es ja fast, ich will nicht sagen einfach, aber man kann sagen, okay, wenn eine Ransomware erfolgreich ist und ich kenne meinen Umsatz, ich kenne meine Systeme, dann kann ich ungefähr sagen, was wird das wohl kosten, wenn es erfolgreich ist? Und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist vielleicht etwas schwieriger zu beziffern. Aber wir haben viel mehr Daten. Damals war das ja anders. Du hast von Black Swan gesprochen und eine große DDoS-Attacke oder eine Ransomware, die ja auch ganz langsam damals erst aufkam, das war sehr schwer zu beziffern. Ganz genau. Und jetzt ist es natürlich auch so, als Versicherungsunternehmen hat man auch eine Menge interessante Daten und ist wahrscheinlich deshalb auch sehr spannend schon immer gewesen für eben dieses organisierte Verbrechen, das wir bekämpfen oder auch die staatlichen Akteure. und ihr habt dieses Cyber-Defense-Center eingerichtet damals. Wie kann man sich das vorstellen? Also damals gab es ja wahrscheinlich auch nicht, also die Ausbildungsgänge gibt es jetzt vielleicht gerade erst. Wo holt man denn diese Experten alle her und diese Expertinnen aus dem Unternehmen? Ja, ich wollte vielleicht noch mal eines zu dem Charakter des Cyber-Riesigen sagen. Es ist natürlich nicht nur, dass es schwer zu beziffern ist, es ist ja auch dynamisch. Also nach dem NIST-Standard, der allgemeine weltweit anerkannte Standard aus den USA, dann schaust du ja im Kern Protection, Detection und Response. Also du musst lernen, bei Cyber-Risiken natürlich so viel wie möglich abzuwehren, damit nicht überhaupt die Angreifer in deine Systeme reinkommen. Kannst es aber nicht zu Nullen machen. Also 100 Prozent gibt es da nicht. Dann musst du als nächstes aber schnell detektieren, wenn jemand dich angreift. Und das Dritte, nur detektieren nützt dir auch nichts. Du musst versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Also Response, kennt man ja bei Ransomware, gute Backup ist wichtig, Offline-Backup, dass nicht alles verschlüsselt ist. Also du musst auch gut reagieren können. Also das ist hochdynamisch. Das Risiko ist nicht wie bei vorher, dass es einmal reinkommt und dein ganzes Hausbrett ab. Du kannst immer angreifen und den Schaden so gering wie möglich halten. Also das ist schon mal das Erste und Wichtigste. Und wenn man diese drei Stufen sieht und jetzt zu deiner Frage, ACDC ist unsere Abkürzung für Allian Cyber Defense Center. Wie haben wir denn da angefangen? Und da gilt dieses wichtigste Prinzip in Cyber Security. Und da gilt es wirklich wie beim Fußball. Never walk alone. Also alleine schafft man das nicht. Und wir hatten da starke Partner und wir hatten damals mit der Telekom und mit RSA uns praktisch die Profis damals reingeholt, um das aufzubauen. Und haben aber zeitgleich, und da kommen wir wahrscheinlich noch hin, Faktor Mensch, natürlich auch zeitgleich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeworben, sogar ausgebildet. Also es war damals knapp, also sozusagen während dem Studium schon Leute reingeholt über Praktikanten und haben dann über die Jahre auch intern aufgebaut. Menschen, aber mit der richtigen Technologie und der richtigen Organisation. Sehr spannend, weil ich glaube damals, das kann man sich gar nicht mehr so vorstellen, wir haben jetzt die Fachkräftekrise im IT-Bereich, im Cyber-Bereich umso mehr. Und damals waren diese Berufsbilder aber ja eigentlich noch gar nicht definiert. Und so holt man sich dann von innen, aber eben auch direkt aus den Ausbildungsinstituten, ja Menschen, die sich dafür interessieren oder die dafür auch geeignet sind. Genau, du sagst dir den richtigen Punkt, Leute zu gewinnen, die Passion für das Thema haben. Und da gibt es welche oder haben auch welche wirklich intern umgeschult von der IT kommt, auch die Cyber-Security. Das Wichtigste ist nämlich Passion und das Zweitwichtigste ist Erfahrung und Können. Also du musst in dem Bereich wirklich Erfahrung haben und was können. Also da geht nichts mehr über Management. Also du musst wirklich an der Maschine auch agieren können und das ist extrem wichtig. Und natürlich auch, du hast es angesprochen, dynamisches Umfeld. Man muss auch bei den neuesten Trends mithalten und sich permanent auch austauschen. Das macht ihr über die CSSA eben auch, also wo große Unternehmen, DAX-Unternehmen sich eben austauschen. Ist das etwas, was auch immer wichtiger wird? Also gerade dieser Austausch, vielleicht ja sogar auch mit Konkurrenzunternehmen auf Cyber-Ebene, der dann insgesamt die Resilienz erhöht. Ist das etwas, was zugenommen hat oder gab es das auch immer schon? Nee, wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, den Verein CSSA gegründet 2015 mit sieben Mitgliedern. Blutschips auf der Deutschland, mittlerweile sind wir 16. Und in den Verein kommst du auch nur rein, wenn du selbst was kannst und dann können teils, damit man gemeinsam stärker ist. Und es ist ganz klarer Trend, du musst lernen zu kooperieren. Also das ist nicht gegeben. Und das Zweite, du brauchst Plattformen, wo du integriert kooperierst und zusammenarbeitest. Was meine ich damit? Weil in Cyber-Security alles so schnell geht, ein Angriff kann, wenn er vorbereitet ist. Das kann lange dauern, aber wenn er exekutiert wird, dann geht alles relativ schnell. Und dann brauchst du auch schnell Informationen. Du sagtest ja auch militärisch gesprochen etwas Aufklärung. Cyber-Intelligence ist so wichtig. Und bei dieser Cyber-Intelligence ist natürlich als allererstes der Austausch sehr integrativ, Schwachstelleninformation. Aber es geht jetzt mittlerweile in den letzten Jahren immer weiter. Also nicht nur Austauschen von Informationen, sondern Austausch, wie verteidigt man sich dagegen? Austausch, wie hilft man anderen, die in einem Angriff sind? Und wie analysiert man zum Beispiel das Unknown-Unknown? Also finde mal in deinem System vielleicht Schwachstellen oder die Angreifer. Also dieser integrativen Austausch, der wird immer intensiver. Ist aber auch notwendig. Nicht leicht zu organisieren. Deswegen haben wir auch das als Verein gemacht, der sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet und ist halt dann auch klein. In der Hinsicht, dass wir 16 Unternehmen. Aber wir öffnen die Insights auch zu anderen Organisationen. Aber es ist wichtig, dass man in diesen Austausch kommt. Weil letztlich, Unknown-Unknown finde ich sehr schön als Term. Es ist eben viel da draußen unterwegs. Es gibt neue Bedrohungen, es gibt neue Risiken. Aber es gibt eben zum Teil auch Muster, wie angreifende Vorgehen. Wir haben jetzt ganz kürzlich, das ist eine akute Information, die rausgekommen ist. VW wurde 2015 infiltriert. Die haben das dann entdeckt und konnten das auch mitigieren. Ist aber natürlich jetzt erst in die Öffentlichkeit gelangt. Man kann davon ausgehen, dass natürlich hinter den Kulissen dort auch vielleicht zu diesem Thema sogar auch ein Austausch stattfand. Und man sich gegenseitig geholfen hat. Absolut. Und wenn man jetzt mal nochmal ins Unternehmen reinguckt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es vielleicht, wenn man das Thema Risiko im Kern hat als Versicherungsunternehmen, dass es vielleicht einen Tacken einfacher ist, mit seinen Peers im Vorstand über Cyberrisiken zu sprechen. Letztlich, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ist das ja auch für die Versicherungsbranche ein Geschäftsfeld. Aber wenn man jetzt mal auf das Interne guckt, wir sprechen sehr häufig über eben ja Sicherheitskulturen. Wie kann man eben auch diesen Faktor Mensch besser aufstellen, die Resilienz dort erhöhen. Und was immer wieder rauskommt, ist eben auch so dieses Commitment des Top-Managements. Also wenn wirklich der Vorstand, aber eben auch weitere Management-Ebenen eingebunden sind und auch sichtbar vorleben, dass Security eben nicht nur nervig ist und uns vom Arbeiten abhält, sondern eben auch unsere Arbeitsplätze mitverteidigt oder wir selber damit beitragen können. Worauf kommt es da an? Wie kriegt man die Kolleginnen und Kollegen ins Boot und wie lebt man das wirklich gut im Top-Management vor? Die erste Sache ist, es geht erstmal ums Verstehen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, dieser große Unterschied zwischen IT und Informationssicherheit, das muss erstmal verstanden werden. Dann gab es aber in den letzten, ich weiß auch nicht genau wann es war, aber vier, fünf Jahren, natürlich einen Schub fürs Top-Management von der anderen Seite, dass das Top-Management bis zu den Aufsichtsräten verantwortlich sind für, auch vom Regulator für die Sicherheit. Also das pusht schon mal, damit man sich mit dem Thema beschäftigt. Was aber noch wichtiger ist, nicht nur immer auf Angst machen, sondern auch erstmal verstehen. Und wenn du sagst, du willst Innovation, dann musst du auch Risiken eingehen. Du gehst ins Internet. Du könntest ja, wenn du alle Leitungen ins Internet kapst, dann kannst du auch nicht anrichten. Dann ist Risiko null. Also von daher, das geht aber nicht. Also muss man sagen, natürlich ist Sicherheit, wie beim Formel-1-Wagen, so versuche ich das Bild jetzt mittlerweile. Also ein Formel-1-Wagen hat nicht nur Innovation und einen riesen PS unter der Haube und aerodynamisch und kann extrem schnell fahren. Also wenn du ein Formel-1-Rennen gewinnen willst, dann brauchst du auch gute Bremsen. Sonst überstehst du die nächste Kurve nicht. Und diese Metapher, diese wirklich hochgerüsteten Bremsen ist für ein innovatives Geschäft, Cyber Security. Also es ist nicht nur Angst vor den Bösen, sondern es ist eine Möglichkeit, dass du überhaupt dein Business in den Umfeldern so gestalten kannst, wie du es gestalten kannst. Wenn du aber mit 100 oder 150 in eine Cyber Security Risikokurve ins Internet fährst und du hast keine Cyber Defense, dann viel Spaß. Also dann passiert natürlich was. Also dieses Verständnis, es ist auch ein positiver Effekt und ist nicht nur negativ. Ja, weil nämlich investiert werden muss und deswegen ist natürlich auch eine Value Proposition, die positiv ist und nicht nur passiv, reativ, schon mal das Erste. Das Zweite, was ich gelernt habe, um es wirklich rüber zu bekommen, ist, oder komme ich zur jungen Firewall. Sie müssen es erst mal verstehen, was da eigentlich abgeht. Und wie wir hinkommen, ist, diese Identität ist wichtig und die Zugriffsrechte, weil IT-Systeme interagieren ja immer nur Software mit Software. Aber du hast natürlich auch Rechte, dass du Software verändern darfst, dass du Schreibrechte hast, dass du Leserechte hast, dass du sogar Rechte, da gibt es Systemadministrator, du kennst das, die haben Rechte auf das Allerheiligste, nämlich zum Steuern der IT, das ist das Active Directory. Also diese Rechte solltest du nicht an einen Kriminellen sanieren, weil dann hast du ein echtes Problem. Also es gibt verschiedene Arten von Zugriffsrechte und meistens haben diese Zugriffsrechte natürlich Menschen. Es gibt auch vollautomatisierte Zugriffsrechte, gehe ich mal nicht davon aus, die musst du besonders absichern, aber meistens sind das Menschen. Und dann ist es natürlich naheliegend, wenn dieser Mensch infiltriert ist oder ihm sein Access-Recht genommen wurde, dann wird es gefährlich. Also deswegen brauchst du erstmal Transparenz und das kann man dem Top-Management erklären und sagen, hier ist es gefährlich. Und deswegen, hier müssen wir anfangen von Identity und Access-Management ist das erste große Thema. Und das hat auch der Regulator schon seit Jahren verstanden und das kommt ins Bewusstsein der Menschen und vor allem der Vorstände ganz klar. Und dann muss man natürlich auch aufzeigen, was passieren kann und was auch geholfen hat, das rüberzubringen, wie schnell es geht. Und letztes Thema, weil ich das ja über diese Vereine oder Firmen oder Digital Society Institute, also auch mehr Akademia, der Austausch mit einem Betroffenen, dem das schon mal passiert ist. Und da gibt es jetzt immer mehr. Also das ist auch Augen öffnen für alle, die noch nicht investiert haben. Ist das etwas, also sehr, sehr, sehr spannend. Also lasst uns mal kurz das Thema Identity parken, da möchte ich nochmal drauf zugehen. Aber dieses Thema mit Betroffenen sich austauschen. Habt ihr das mal gemacht oder vielleicht auch für Kundenunternehmen, die bei euch versichert sind, dass man wirklich mal mit Betroffenen spricht? Es gibt ja einige wenige Unternehmerinnen und Unternehmer, die in die Presse treten und sagen, ja so, uns ist das passiert. Insgesamt spricht man nicht ganz so gerne natürlich darüber, weil das hat natürlich auch wiederum regulatorische Implikationen, wenn man so einen Datenschutzvorfall hat. Aber habt ihr das mal gemacht? Aber es gibt immer mehr Veröffentlichte, die man nachlesen kann und dann gibt es natürlich wirklich auch in kleinerer Zirkel, öffnen sich die Kolleginnen und Kollegen. Also da geht es auch. Und zu Betroffenen machen, dass es auch häufig gemacht wird, ist auch sehr wirksam. Also dass man in eine Geschäftsführer oder Vorstandsrunde mal kommt und macht die Geschäftsführer und Vorstände selbst zu Betroffenen, indem man einen Lifehack zeigt. Und ich glaube ein Lifehack ist immer sehr, sehr überzeugt. Also beide Themen gehen und es gibt auch in der Literatur wirklich schön beschriebene Hacks. Also SolarWinds-Hack ist wirklich absolut interessant nachzulesen. Ist aber natürlich für Techniker halt mehr. Aber das kann man natürlich auch nahe bringen und über Crisis-Trills und so weiter das auch rüberbringen. Aber das ist wichtig. Das Allerbeste ist aber, mach mal einen Lifehack mit dem Geschäftsführer und seine Handydaten sind weg. Danach fragt er eigentlich nicht mehr, ob man was tut, sondern nur noch was und wie viel kostet es. Und kommen wir vielleicht genau zu diesem Punkt, weil das ist auch etwas, was wir sehr häufig auch als Frage bekommen von unseren, also wir haben ja, interagieren mit Unternehmen jeglicher Größe. Und ich würde mal sagen, die ganz großen Unternehmen, die Unternehmen in der Industrie, die auch sehr reguliert ist, die haben das da etwas leichter, auch budgetfrei zu machen. Aber oft ist die Frage, die auch wir bekommen, wenn ich jetzt zu meinem CIO oder zu meinem IT-Leiter gehe in einem kleinen Unternehmen, wie kriege ich denn das Budget für Security? Also eine Sache hast du schon mal jetzt beschworen, also erkläre es, sorge für Verständnis, aber mach es auch irgendwie greifbar. Aber was gibt es noch, also wie pitcht man am besten Security? Also du hast das Wichtigste schon mal gesagt, also die Gefahr muss man natürlich schon aufzeigen. Also es ist nicht nice to have, es drohen wirklich Gefahren und man muss einfach sagen, wenn man da nur auf Glück setzen will, das ist schon ziemlich gefährlich. Also das ist sozusagen die Value Proposition, es ist extrem gefährlich, was gerade ansteht. Das Zweite, was man sagen sollte, ist natürlich, wir helfen euch auch, damit ihr auch neue Geschäftsfelder bearbeiten könnt. Also diesen Support anbieten. Und das Dritte würde ich ganz klar sagen, und da würde ich das eigentlich Research und Benchmark nehmen, nimm einfach deine IT-Kosten. Nämlich das ist die andere Seite. Wenn du IT-Kosten hast von, sagen wir X, dann kannst du eigentlich sagen, du musst dediziert in die andere Welt, ob du die outsourced oder selbst magst oder hybrid magst, ist jetzt mal unabhängig davon. Du solltest im Minimum 3% deines IT-Budgets in Cyber Security dediziert investieren. Ja, dediziert investieren. Und Hochrisiko-Unternehmen, also im Health-Sektor, Energie-Sektor oder auch im Finanzsektor, also die gehen bis zu 15% hoch. Also da ist noch eine Spanne. Das Wichtige ist aber hier, es kommt gar nicht so auf die Spanne an, außer dem Minimum 3%. Die große Kunst ist, das effektiv und effizient einzusetzen. Weil du kannst natürlich in Cyber Security auch Geld verbrennen. Ja, also du kannst relativ schnell irgendwas kaufen und es nützt dir überhaupt nichts. Also ich würde denjenigen sagen, also wenn du nichts dediziert investierst, lieber Geschäftsführer, okay, das ist ein Bonspiel. Also dann würde ich sagen, in den nächsten drei Jahren wird es sich erwischen. Die zweite Sache, wenn er aber anfängt zu investieren, dann ist die große Kunst, richtig zu investieren. Und da würde ich auch die Empfehlung geben, never walk alone. Da brauchst du auch wieder Berater, Austausch, mit anderen Unternehmen austauschen in solchen Vereinen. Die gibt es ja nicht nur CSSA für Blutschips. Da gibt es auch zum Beispiel beim Voice-Verband für der IT-Anwender. Da gibt es auch Netzwerke, wo man sich austauschen kann. Also diese zwei Empfehlungen würde ich machen. Informier dich und fang mal mit dem Investieren an und bekomme mal und vielleicht auch mal einen Berater reinholen und sagen, in was muss ich denn investieren? Und ich meine, da gibt es ja dann Gott sei Dank, also man kann sich darüber trefflich streiten, aber durch Regulatorik und durch Frameworks. Ich meine, du hast jetzt NIST genannt. Es gibt ja dann jetzt auch nochmal die NAS2 oder NIST2-Richtlinie, die in Europa ausgerollt wird für fast die meisten Unternehmen. Die bieten ja auch Orientierung. Da gibt es ja Listen an Controls und mit einem Berater oder eben auch mit dem internen Team. Die finden da ja natürlich schon so eine Art Navigation, was man eigentlich machen sollte. Niklas, da hast du einen ganz entscheidenden Punkt. Es gibt so viele Angebote auch für der Regulatorik, also das geht alles. Der Schlüssel ist aber, du brauchst eine Keimzelle, da kannst du noch überlegen, wie groß du machst. Du brauchst aber mindestens einen oder zwei. Das muss nicht sein, dass die dediziert, kommt auch die Größe an. Aber du brauchst jemanden, der dieses Thema versteht, auch intern. Sonst verspreche ich dem Unternehmen, kommst du unter die Räuber. Dann kriegst du so viel verkauft, das wird für dich teuer. Also du musst auch intern aufbauen und du kriegst natürlich, je besser deine internen Einheiten sind und Ausgebildete, mehr Souveränität. Manches kannst du dir nicht dann als kleineres oder mittelgroßes Unternehmen nicht leisten. Deswegen muss man mehr Outsourcing, aber die Keimzelle sollte man investieren. Und zu dem Thema kommen wir ja, und die Keimzelle im Unternehmen ist nämlich die jungen Firewall von allen Mitarbeitern. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Finde ich sehr wichtig, dass du das nochmal betont hast. Also genau, ich brauche jetzt nicht den 20 Jahre erfahrenen Sicherheitsexpert, aber irgendwer sollte es verantworten intern. Und dann dafür sorgen, dass es eigentlich auch alle verantworten oder mittragen, Human Firewall hast du auch als Stichwort genannt, damit man eben diese Kultur erzeugt. Und die kann man jetzt schwer mit einem externen Beratungsunternehmen erzeugen. Man kann vielleicht ein Programm aufsetzen, aber am Ende muss es intern Champions geben, die sich da auch wirklich, die das vorantreiben und die das auch jeden Tag leben. Wenn du mal guckst, also ein Aspekt, den wir bei diesem Thema, und du hast es auch ein bisschen angedeutet, diese Fähigkeit dann schnell zu reagieren. Da ist auch so das Thema Fehlerkultur mit drin, was wir sehr häufig diskutieren, als ein Aspekt von der Sicherheitskultur. Was siehst du noch, was sind noch Elemente einer starken Sicherheitskultur und wie kriegt man sie denn dann jetzt nachhaltig aufgebaut? Also wenn du ein großes Unternehmen bist, also nicht ein Startup, oder sag ich auch ein größeres Unternehmen, sag mal ein größeres Unternehmen, und du bist am Markt und hast mehr als 100 Mitarbeiter, beginnt wahrscheinlich sogar auch schon bei 50. Du hast das große Problem, weil wenn du das auch, die Überwachung, ob du die internen oder extern magst, ob Angriffe kommen, stell dir das vor, du willst ein Feuer entdecken. Dann ist natürlich einer, der eine Zigarette raucht oder sich eine Zigarette anzündet, das ist nur kein Feuer. Da kannst du dann sozusagen seine ganze Organisation lahmlegen, wenn du untersuchst, warum gerade da was klimmt. Also du musst nämlich unterscheiden können, ob jemand das Feuerzeug in den Papierkorb wirft oder zum Beispiel einen Molotow durch deine Scheibe wirft. Und dieses Unterscheiden ist extrem wichtig und je mehr Detektoren du da hast und interessanterweise sind die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen extrem gute Detektoren. Aber dafür brauchst du Security-Kultur und in dem Umfeld kennt ihr ja euch wahrscheinlich wesentlich besser aus als ich noch. Aber zum Beispiel E-Mails oder Kommunikation mit externen Files oder File-Downs los. Und da kann man schon erkennen, auch technisch unterstützt, holla, das ist nicht nur eine normale Zigarette. Da wirft gerade jemand tatsächlich einen Brandsatz auf meinen Rechner und da schnell melden. Und dann muss natürlich diese Meldung an eine Stelle gehen, intern oder extern, die damit was anfangen kann und schnell reagieren kann. Also dieses Detektieren, das kann man technisch, aber auch natürlich über Menschen machen. Oder einfach, was ja jetzt mit AI kommt, die ganzen Fake-Anrufe oder diese Fake-Videos. Je früher man Menschen haben, gut feeling, da stimmt was nicht, dann können die Techniker reagieren. Also dieses Zusammenspiel zwischen der menschlichen Komponente, was ich vorher gesagt habe. Weil einen Zugriff kriegst du meist und die Rechte über Menschen. Und wenn die merken, dass da mit dem Zugriff, gerade bei ihrem Zugriff, was nicht stimmt, dann kannst du sehen, da ist Gefahr in Verzug. Ja, sehr spannend. Also gerade dieses Thema, es früher mitzubekommen und dafür eben auch mit den Menschen mehr zu interagieren. Sensoren ist so ein Bild, ist glaube ich extrem mächtig. Wir sehen eben große Fälle auch, irgendwie der Hack von Reddit, da sprechen wir sehr häufig drüber, der genauso abgefangen wurde. Mitarbeiter hat draufgeklickt, aber Mitarbeiter hat dann auch gesagt, ah, Moment, irgendwas war da doch komisch. Ich melde mich beim Sicherheitsteam und dann konnte das im Grunde eingedämmt werden. Und jetzt hast du ein Stichwort natürlich gegeben und das ist KI. Wir haben uns sehr, sehr viel über KI unterhalten, wir beide in der Gruppe auch. Und da ging es insbesondere um das Thema, was steht im Vordergrund, Potenzial oder Risiko? Ein Beispiel hast du gerade angesprochen, wir sehen es eben im kriminellen Bereich sehr stark auch gerade, dass es genutzt wird. Also es werden eben Large Language Models und Voice Cloning Modelle etc., Deepfake, werden genutzt, um Social Engineering zu betreiben. Das bringt Unternehmen eigentlich jetzt zwangsläufig in die Situation, dass sie sich eben mit dem Faktor Mensch auch beschäftigen müssen, weil das sind teilweise auch Angriffe, die finden auf privaten Kanälen statt. E-Mail Phishing auf der privaten E-Mail gab es immer, aber diese Anrufe, wir haben, also in der Presse steht es sehr häufig, es gibt die Anrufe von den Kindern, die vermeintlich einen Unfall hatten und dann wird dort die Stimme gefakt. Das ist alles natürlich irgendwie so halb im privaten Bereich. Es hat aber ja auch eine Implikation auf die Identität, denn wenn die natürlich jetzt kompromittiert würde durch so einen Fall, hätte es auch eine Auswirkung theoretisch auf das Firmennetz. Wie geht man da am besten ran? Also als allererstes mal dieses Verständnis, das ist ein extrem neues Spiel. Also die Race Against the Hackers bekommt eine ganz andere Dimension nochmal. Wie möchte ich das klar machen? Der Angriff, der heutzutage laufen kann, ist natürlich durch den Einsatz der KI schneller. Also ich kann die KI schneller einsetzen. Also das macht meinen Angriff schneller, weil ich sehr viel überblicken kann, was Large Language Model machen. Und da darf man eins nicht unterschätzen. Das ist ein riesen Brandbeschleuniger. Warum? IT ist ja eine Sprache und die natürliche Sprache ist um Eckhäuser komplexer und fassimäßiger als die IT. Also die IT-Sprache hat ziemlich viele genaue Regeln. Jetzt kann man sich doch schon vorstellen, Large Language Model, wie mächtig die geworden sind bei der natürlichen Sprache. Wie mächtig kann man sich dann vorstellen ist Large Language Model in der IT? Ich glaube, ob das sich überhaupt jemand schon ausgedacht hat, wie mächtig die da werden können, weil das in einer sehr strukturierten Sprache sind. Ich will mich nicht übertreiben. Auch in der IT gibt es fassi Sachen und da werden Fehler gemacht. Aber sie sind sehr mächtig. Also habe ich jetzt kreative Menschen mit sehr mächtigen Tools. Und ich weiß nicht mehr, wofür die eingesetzt werden, ob der Angriff jetzt über ein Fake Video kommt oder über gefakte E-Mails oder über Spracheingaben und so weiter. Also das ist das Erste. Die Angriffe werden schneller. Das wäre aber noch nicht immer das größere Problem. Weil ich habe ja später gesagt, das größere Problem ist, du musst ja detektieren. Oder ob die jetzt da schneller ablaufen und du musst schneller detektieren, ist normales Gehen. Aber was jetzt kommt, das macht es natürlich extrem dystopisch, würde ich fast sagen. Aber es gibt natürlich auch Lösungen dazu. Ich brauche auch wesentlich weniger Skills. Also ich brauche keine zehnjährige Hacker-Ausbildung. Glaubt man nicht, auch Hacker müssen trainiert werden und so weiter. Das haben die auch nicht am Anfang gelernt. Also ich brauche weniger Skills und kann schneller kriminell werden und angreifen. Und in unserer Welt ist dann das Letzte oder das Vorletzte, was dramatisch ist, es wird auch noch billiger. Also ich brauche wesentlich weniger Mitteleinsatz, um wirklich high sophisticated Angriffe zu machen. Und da es ja dann jetzt Software ist, skaliert auch noch. Also ich kann parallel Angriffe fahren in einer nicht dagewesenen Art und Weise. Das ist sozusagen die negative Seite. Das Positive ist, man kann natürlich die gleichen Techniken auf der Verteidigung anbieten. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, Niklas. Das wird dir vielleicht auch gefallen. Wenn ich aber weiß, dass ich mit kreativen Menschen angegriffen werde, mit hoch sophisticated Tools, dann muss ich auch verteidigen mit kreativen Menschen, mit guten Tools. AI-Tools, Kini-Tools. Das heißt, ich muss in dem zweiten Business Model Cyber Defense auch in Menschen investieren und nicht nur in Tools. Weil die Varietät, die Vielfalt der Angriffe, sie sind so hoch, dass nicht jedes Unternehmen sich selbst aufbauen kann. Man muss sich lernen, zu kooperieren mit Providern. Und Achtung, das sind aber dann nicht einfach Dienstleister, das sind Partner. Und das wird auch noch ein großes Thema. Ich würde auch sagen, euer Unternehmen, Jungen Firewall, was ihr anbietet, ihr seid nicht mehr einfach nur Dienstleister, sondern Partner. Du musst ja ganz schnell neue Angriffsvektoren in eure Tools einbauen. Und das ist immer nicht, ich kaufe was und danach bin ich sicher. Nee, nee, das ist permanentes Update. Das ist absolut, wie du es beschreibst und ich glaube, das ist auch so ein, das passt zu den Themen, die wir am Anfang gesprochen haben. IT-Sicherheit, aber jetzt auch die Human Firewall, das ist kein Projekt, was man einmal durchführt und dann ist der Haken dran und dann haben wir das gelöst. Alle sind geschult, sondern es ist eben extrem dynamisch. Man muss auf dem Laufenden bleiben. Du hast eben ja Identity zum Beispiel auch angesprochen. Lange Zeit galten Multi-Factor-Authentification eigentlich als massive Erhöhung der Barriere und eigentlich als nahezu sicher. Wir wissen auch, dass das auch durch Social Engineering umgangen werden kann. MFA-Bombing ist das Stichwort. Und das muss natürlich dann auch thematisiert werden. Und so gibt es immer wieder neue Taktiken, eben auch durch KI, die geschult werden müssen. Und diese Fälle, wo wir wahrscheinlich vor fünf Jahren gesagt hätten, ach, das ist doch Science Fiction, da ruft dann hier mein Kind an und die Stimme ist sogar echt. Das ist eben nicht mehr Science Fiction, sondern kann sogar in skalierter Art und Weise oder, naja, wobei Voice Cloning, glaube ich, ist noch nicht so ganz extrem skalierbar wie jetzt vielleicht schriftliche E-Mails mit LLMs. Aber es wird sehr schnell dazu kommen und dementsprechend müssen wir da eben auch auf der menschlichen Seite mitziehen und im Grunde weiter auch da patchen. So könnte man sich das auch angucken. Da wollte ich vielleicht nur sagen, zwei Effekte. Also man muss arbeiten, dass das nicht zu häufig passiert, weil sonst, wenn das zu häufig passiert, dass jemand seine Credentials verliert, dann bist du natürlich in der Verteidigung nur noch am Strampeln. Auf der anderen Seite muss man aber auch wirklich davon ausgehen, es kann immer wieder passieren, aber auch diese wenigen Fälle oder wenigeren Fälle, die dann durchkommen, die muss man dann abwehren können. Was ich damit sagen will, du musst Protection und Detection und Response gleichermaßen hinbekommen und nicht das eine durch das andere aussetzen und sagen, da gibt es ja so Lösungsanbieter und sagen, ach komm, wir werden jetzt alles automatisiert detektieren. Ja, ja schön, wenn du alles automatisiert detektierst, aber wenn du überhand bist und 30 Feuer gleichzeitig hast, dann möchte ich mal sehen, was du dann magst. Ja, und dann sagt er, ja, die werden alle automatisiert wegmitigiert. Auch schön, aber wenn zwei übrig bleiben nach deiner Automatisierung, dann hast du wieder ein Problem. Also dieses Zusammenspiel ist extrem wichtig und man muss sich da schon vorbereiten. Deswegen mein Betätung vom Anfang. Diese drei bis 15 Prozent deiner IT-Kosten, wenn du in der IT aktiv bist, solltest du in Cyber Security investieren. Was im Grunde für jedes Unternehmen und jede Organisation heutzutage gilt. Lass uns noch ein bisschen bei dem Thema KI bleiben und jetzt mal, du hast es angedeutet, aber auch diese positive Brille. Ganz viel Potenzial. Wir wissen es eben im Top-Line-Bereich, also in der Produktivitätssteigerung oder ist eigentlich auch Bottom-Line, aber gibt es da ganz viel Potenzial. In der Cyber-Verteidigung eben auch. Was sind so Trends, die ihr dann auch in eurem ACDC vielleicht schon etwas früher euch angeschaut habt, um dieses Potenzial von KI auch zu nutzen? Also was du sehr stark benutzen kannst, sag ich mal, bei Protection ist, dass du möglichst schnell nicht nur Signatur passiert, Angriffe abwehrst, sondern auch Techniken einsetzen, AI. Woher Wahrscheinlichkeit, dass das ein Angriff ist und du blockst einen. Ja, das ist immer das Risiko, dass du dein normales Business auch blocken kannst, aber mittlerweile werden die AI-Systeme da immer besser, dass man automatisiert abwehrt. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Das ist gerade jetzt am Anfang, also wir machen das schon, aber es wird wahrscheinlich Mainstream werden. Also dass du viel abblockst, wenn du praktisch in die neue Zeit kommst. Das Nächste, was da aber ist, du musst es auch analysieren. Also nicht nur abblocken und dahin hilft eigentlich auch nur AI, ja, attributieren. Wer greift mich dann da an? Warum greift er mich an? Kriege ich dann Pattern? Tue ich das Austauschen mit anderen und die anderen wieder mit dir? Und das kannst du mit menschlichen Analysten keine Chance, keine Chance. Also du kriegst ja so viele Millionen Angriffe. Dieses Analysieren der Angriffsvektoren, das geht nur über AI. Und das, was ich am stärksten im Moment sehe, wo man AI auch gut verwenden kann, es ist ja alles Risiko passiert. Du kriegst, wie ich vorher gesagt habe, ziemlich viele Signale, jetzt technischer Art, da klingt was. Es kann aber nur ein Feuerzeug sein oder es kann nur eine Zigarette sein, also was ganz Normales. Und du musst entscheiden, wo mache ich eine Investigation? Also wo schicke ich die Feuerwehr los und schaue mal, brennt es da wirklich? Und dann kann man sich überlegen, wenn man dann immer wieder ausrückt, dann verbrennt da deine Feuerwehr. Also das geht gar nicht. Und dort über AI sozusagen analysieren zu lassen, was sind die hot Risiken oder Cases, die man untersuchen muss. Da wird AI heute schon eingesetzt. Und da ist sie meiner Meinung nach gerade am wirkmächtigsten. Aber in allen anderen Stufen. Reverse Engineering, Forensic. Also es wird eigentlich praktisch, kann es aber sein wie Business. Du kannst es eigentlich immer auch um die Produktivitätserührung, Qualitätserührung von allen im Prozess Detailigten einsetzen. Und da eben auch der Subtext oder die ganz starke Message, es ist ein Zusammenspiel. Menschliche Kreativität, menschliche Erfahrung eben im Zusammenspiel mit KI, die sortiert, vorsortiert, priorisiert. Und so kann man dann eben auch dieses Fachkräfte-Gap, das wir ja haben, auch etwas besser schließen. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz dann mit einem Blick auf etwas, was wir vorher schon angeschnitten haben. Ist so diese Risikoperspektive und die Sicht, die ihr auch als Allianz jetzt habt. Also die Allianz vielleicht ganz kurz für unsere Hörer, die das nicht kennen. Die veröffentlicht auch jedes Jahr dieses Risk Barometer. Also wo dann tatsächlich die größten Geschäftsrisiken weltweit, aber auch national, dann in über 92 Ländern, glaube ich, werden dort Experten befragt, gelistet werden. Keine große Überraschung, Cyber ist da seit langem auf Platz 1. Betriebsunterbrechungen kommen dann. Wenn man jetzt mal so diese Risikobrille anhat, jetzt eben auch als Versicherungsindustrie, dann sehen wir auch, dass das Risiko natürlich immer höher geworden ist. Und Unternehmen sehr häufig eben auch erfolgreich gehackt werden. Und wir sehen auch Veränderungen im Versicherungsmarkt, die auch die Frage, mal jetzt so ganz keck möchte ich dir stellen, ist das überhaupt versicherbar noch in Zukunft, wenn diese Fälle alle so häufig passieren? Oder sehen wir, dass Unternehmen sich darauf einstellen und das Risiko beherrschbar wird? Wenn ich mir das Business aus dieser Brille mal anschaue, du bekommst bei Cyberversicherungen nicht nur Bezahlen des Schadens, weil der Bezahlen des Schadens ist natürlich schon wichtig, aber nicht das Entscheidende. Du brauchst als allererstes auch mal Hilfe im Schadensfall und mit Partnern. Und ich meine, wenn du gehackt bist, eine Ransomware, also das Dümmste wäre, selbstständig dann das Backup einzuspielen. Und wenn du einen Versicherer hast, der sagt dir als erstes mal nichts mehr machen, sondern wir gehen da jetzt mit Profis ran und so weiter und da gibt es dann Partner. Also es ist nicht nur eine Versicherung, wenn du im Schadenfall bist, dass nur der Schaden bezahlt wird, sondern natürlich auch diese Hilfe, wie du Kommunikation, Verhandlungen mit Regulator und so weiter, also du kriegst dann auch Serviceleistung. Nichtsdestoweniger will man sich natürlich von dem Schaden absichern. Und ja, das ist ein gewisses Dilemma, weil natürlich das für die Versicherer auch ein großes Risiko ist und Kommulrisiken da auftauchen können. Und deswegen geht man immer auch in so einem Sicherheitsdialog. Und ich würde mal so sagen, ich würde es fast rumdrehen. Wenn du keine Deckung und keine vernünftige Deckung bekommst von der Versicherung, dann ist was mit deinem Unternehmen am Arken. Also um das plastisch gesehen, dann hast du wahrscheinlich auch dein Haus neben dem Fluss gebaut. Ja, und vielleicht noch ein bisschen tiefer, ja, und bist auch noch im Überschwemmungsgebiet drin. Das Gute ist aber, anders als bei den Häusern, es ist ja nicht so, dass du dann umziehen musst. Du kannst ja in der eigenen Sicherheit investieren. Und wenn du dann investierst in deine Sicherheit, dann bist du auch wieder für den Versicherer interessant. Also der alte Trick geht in diesem Spiel, glaube ich, kaum mehr bei Versicherungen. Ich weiß selber, dass ich ein riesen Risiko habe und kaufe mir eine Versicherung auf und wenn schief geht, die bezahlt dann schon. Also das klappt bei Cyber nicht. Sehen wir auch aufgrund der Häufigkeit. Wir haben ja auch in unseren Zahlen, in unserem Report, also und ich halte diese Zahl für sogar noch relativ niedrig, dass die Hälfte der Unternehmen, die wir befragt haben, in den letzten drei Jahren erfolgreich Opfer auf Woden von mindestens einer kleinen Attacke. Und dementsprechend so eine Strategie würde zu kurz greifen. Ich glaube, was in unserem Austausch, was ich so mitkriege, wenn ich mich mit auch Versicherern unterhalte, ist so diese Evolution der Sichtweise, auch aus der Risikobrille kommt. Dass man eben am Anfang gesagt hat, okay, wir fangen das Risiko ab, wie das eben eine Versicherung auch macht. Und dann aber ziemlich schnell die Angriffszahlen so hoch gingen, dass man gesagt hat, hm, das ist für uns auch kein gutes Geschäft mehr. Wir müssen uns diese Kunden und diese Versicherten natürlich genauer angucken. Und dann sehen wir, oh, da gibt es noch nicht mal grundlegende Schutzmaßnahmen. Da wird nicht mindestens drei Prozent, da wird wahrscheinlich gar nichts investiert. Und dementsprechend schauen wir uns die jetzt etwas genauer an. Und ich glaube, so die nächste Stufe ist, und wir gucken mal, dass wir gemeinsam als Partner dann auch die Resilienz erhöhen. Weil dann ist es ein Win-Win. Denn es gibt ja das finanzielle Risiko, aber es gibt ja auch noch viel schwieriger zu beziffernde Risiken, wie ein Reputationsschaden, wie ein wirklich extrem langer Betriebsunterbrechung. Und eigentlich ist allen damit geholfen, wenn sowas möglichst wenig passiert oder mit dem möglichst kleinsten Einschlagsradius passiert. Und dann ist es auch wieder vielleicht ein gutes Geschäftsmodell für Versicherer. Aber ich glaube, es geht dahin, genauer ins Risiko reinzugucken, in die technische Seite, auch in die menschliche Seite. Und dann eben auch auf Basis einer Quantifizierung zu schauen, wie wird das beherrschbar und auch kontinuierlich halt. Absolut, absolut. Die Dynamik abzubilden, die Vorsorge mit abzubilden. Und ja, also alles die Modelle, was du gesagt hast, das passiert jetzt. Und es ist auch eine Evolution. Also wie ich vorher gesagt habe, in der Defense ist es ein permanentes Lernen. Somit ist auch natürlich die Absicherung über Risikotransfer natürlich auch ein permanentes Lernen. Und du kennst ja auch die Cycles. Vor zig Jahren war Matitos extrem wichtig. Jetzt kommt es plötzlich wieder. Die Ransomware ist ein Geschäftsmodell. Wir bereiten uns ja schon natürlich darauf vor, dass können natürlich auch die ganzen Themen von Aktivisten wiederkommen, die einfach nur ausprobieren. Oder man will halt nur mal was versuchen. Oder irrläufende AI, wo einer rumgespielt hat und macht einfach nur was kaputt. Und also auch solche Dinge müssen extrem schnell erkannt werden. Und es wird, also das ist vielleicht für deinen Versuch ja auch immer, als Head Cyber Security und Next Generation IT Think Tank oder Action Tank, auch ein bisschen zu gucken, was kommt auf uns zu. Und ich bin mir sicher, es kommt auf uns zu Folgendes. Nicht nur, dass große Vulnerabilities da sind und die ausgenutzt werden könnten sofort und in den Organisationen geht die Suche los. Wo sind die Vulnerabilities auch wegen der IT-Systeme und dann muss man patchen. Das wird weiterhin so sein, da bin ich mir sicher. Aber wir werden in einer Welt kommen, da wird sein, oh, da ist gerade der und der Virus aktiv. Und du musst die und die Antivirus-Methode sofort in dein Unternehmen implementieren. Also sonst wirst du, wenn du angesteckt wirst, bist du auch dabei. Also man wird dann sozusagen auch sehr schnell die Angriffs- oder Verteidigungen aufgrund eines Angriffsvektors auch implementieren müssen. Und da kommt dann der Austausch oder die Partnerschaft von allen Unternehmen eigentlich weltweit mit Versicherern, aber mit auch Regulator, also mit der Regulatorik, wird viel wichtiger, weil wir müssen, wenn wir auch das Thema Supply Chain Attacks uns angucken, nur gemeinsam kriegen wir diese Resilienz erhöht. Und wenn jeder im Grunde nur erstmal auf sich guckt, geben wir ganz viel Potenzial eigentlich auch weg. Zum Beispiel, wir haben das damals in unserem Verein auch mal richtig hochskaniert gut gemacht. Wir hatten selber bei uns, Mitarbeiter von der Allianz, hatten bei Log4J einen Spanner, den du von außen sozusagen aufrufen konntest, um zu checken, ob deine Webseite diese Schwachstelle hat. Dieses Skript wurde von Allianz-Mitarbeitern geschrieben und wir haben es unseren Vereinsmitgliedern sozusagen zur Verfügung gestellt und die konnten das genauso benutzen, wie die Allianzer konnten die das auch benutzen. Und genau solche Dinge, diesen Austausch, den braucht man natürlich institutionell. Und Claudia Plattner, die Präsidentin vom BSE, will ja genau solche Plattformen und Cybernationen Deutschlands. Ich glaube, das ist genau der richtige Trend und ich denke auch, solche Informationen, wie du gesagt hast, und solche Hilfestellungen werden auch über Versicherer kommen. Bin ich mir auch sicher. Aber da müssen wir gemeinsam sein, weil wir wollen ja eigentlich, das ist ja kein Wettbewerbsvor- oder Nachteil, ob ich jetzt angegriffen werde oder nicht. Das ist immer ein Wettbewerbsnachteil und dann tauscht man sich da auf. Das ist das Schöne an Cyber. Da gibt es auch kein Kartell, sondern das ist gemeinsam verteidigen. Das ist das Gebruch der Stunde. Absolut. Ich meine, wir sehen es ja bei Angreifern, wer sich noch erinnert, das ist gar nicht so lange her, aber es wurde ja MGM, die große Casino-Kette, wurde infiltriert, lag dann auch sehr lange offline. Aber parallel dazu ist quasi der Hauptwettbewerber auch infiltriert worden, nämlich Caesars Palace. Scheinbar, oder wir wissen es, gibt es Gruppen von Angreifern, die sich eben auch auf bestimmte Industrien komplett fokussieren. Und dann macht es sehr viel Sinn, dass man zusammenarbeitet. Wie du sagst, es gibt keinen Wettbewerbsvorteil, mit seinen Wettbewerbern sich dort nicht auszutauschen, sondern das macht eigentlich nur die Gemeinschaft stärker. Und das Geschäftsmodell natürlich auch für die Angreifer etwas unattraktiver im besten Fall. Das sprichst du jetzt den zentralsten Punkt überhaupt in dieser neuen Cyber-Risiko-Welt oder Cyber-Welt. Man muss es schaffen, dass also auch die Angreifer eine Konsequenz haben. Im Moment können die Angreifer und Angreifen haben und es ist ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie erwischt werden oder dass sie irgendwelche Repressalien haben und die Server runterfahren. Das ist schwer, aber natürlich sollte man Law Enforcement, also Strafverfolgung auch machen, wo es geht, ist das wichtig. Aber da kommt man nicht weiter. Aber das schönste Incentive für uns und das, was den Angreifer am meisten wehtut, ist, dass es teurer wird für sie, dass es schwerer wird. Und das schaffen wir natürlich, wenn wir Verteidigung austauschen, damit sie nicht einfach nur zu dem Schwächeren gehen. Und das ist das Beste meiner Meinung nach, das beste Incentive. Es muss für den Angreifer teurer werden, um reinzukommen. Und da hilft aber nur Austausch und schnelle Verbreitung des Wissens. Sonst wird es für den Angreifer nicht teurer. Ja, sehr spannende Perspektive, nämlich es gibt ja auch Diskussionen darüber, ob man dann die Ransom zahlen soll etc. Es geht eigentlich immer darum, das Geschäftsmodell für diese angreifenden Gruppen sehr unattraktiv zu machen. Und wenn wir als Gruppe, also es wird niemals weggehen, das ist auch meine Überzeugung, dass wir haben auch die allgemeine Kriminalität ja nicht verhindert oder gelöst. Und deshalb wird es das immer geben. Aber wenn es eben sehr unattraktiv oder wesentlich unattraktiver wird, wird es in der Fläche oder in dem Volumen auch abnehmen, weil sich dann natürlich bestimmte Menschen denken, ja gut, dann suche ich mir halt was anderes. Aber aktuell ist es eben so eine Art Demokratisierung von Cybercrime, die wir eher sehen. Aber durch gemeinsamen Austausch und durch die Resilienz der Gruppe oder der Gesellschaft können wir das zumindest mit Term ein bisschen unattraktiver machen. Ralf, was siehst du sonst noch? Wir haben jetzt viele Themen angeschnitten und angesprochen, auch tiefer. Was siehst du noch für Trends? Du hast die Trends eigentlich schon angedeutet. Was ist sonst noch jetzt auf deiner Liste? Oder was guckst du dir gerade besonders an oder hier im Team im Cyberbereich an Trends? Also das Allerwichtigste ist, in der IT muss man die Foundation bauen. Also wir hatten es mal angeschnitten, diese Identität. Also die digitale Identität zu schützen und zu monitoren, dass mir meine Identität nicht verloren gegangen ist. Du hast es auch gesagt, ein Manufactor identifizieren, ist ja praktisch wie ein Gurt anzuziehen, wenn man ins Auto steigt. Also ohne sollte man es eigentlich nicht tun. Dann hast du aber auch gesagt, auch das ist schon immer leichter zu hacken. Und deswegen sollte sich die ganze Branche auch mal dahin machen. Password-less-key, also damit das überhaupt nicht mehr geht. Also wir müssen praktisch die Foundation auch schaffen. Und damit gibt es ein Legacy-Problem. Und das ist auch noch nicht in der Öffentlichkeit verstanden. Versuche ich mal rüberzubringen mit den Brücken. Also wenn du Brücken, also zu viele Schlaglöcher hast oder die Statik kaputt ist, dann ist es nicht zu schlau, immer weiter da drüber zu fahren oder langsamer drüber zu fahren. Also ich muss dann auch mal an die Sanierung einer Brücke ran oder an die Sanierung der Straße. Und was meine ich damit? Ich muss natürlich diese Applikationen, die wir über die Jahrzehnte gebaut haben, Password-less-identity-provider, also dir sagt das alles, fähig machen. Und das heißt natürlich, ich muss an die, nicht nur, dass ich es einführe, MFA, ich muss die Applikationen so bauen, dass sie überhaupt mit dem MFA-Modefaktor verwendet werden kann. Und dann kommen wir an ein unbeliebtes Thema ran. Aber das ist auch bei Brückensanierung und Straßensanierung, das kostet Geld. Also an die Applikationen ran, kostet Geld. Dann sind die ITler verschwunden, die das damals gebaut haben. Also dann kostet es noch ein bisschen mehr. Und da ist aber ein Thema, da müssen wir ran, vielleicht sogar auch ran, dass man sagt, okay, dann manche Applikationen, die müssen wir dekommissionieren und vielleicht total neu anfangen. Also ich glaube, an diese Foundation muss man ran. Und das Zweite, was ich auch noch sehe, oder ich sage mal noch was ganz, und es ist nicht so weit weg, als natürlich dieser Quantum Day. Also der wird uns allen wehtun, wenn plötzlich wirklich jemand ad hoc alles knacken kann, dann wird wieder das Gerenne losgehen. Und wir haben es ja schon immer gewusst, und dann wird Riesenprojekte gemacht, wie Jahr 2000 oder sowas. Aber da kann man sich jetzt auch schon drauf vorbereiten und sollte man es vorbereiten. Und das Allerwichtigste, weil in dem Thema vor allem durch die AI nicht mehr weiß, von wo der Wind herkommt, ist es wirklich, nicht die Kompetenz aufzubauen bei dem Thema, aber auch die Kommunikation mit anderen, wieder diese integrierte Vernetzung, was da alles zukommt. Also wer glaubt, das alleine zu lösen, ohne zu lernen, zu kooperieren in dem Thema Cyber Defense, das wird scheitern. Also wir müssen lernen alle, also Informationen aufzunehmen und dann lernen, das ist ein Riesenthema auch bei uns, ja gute Ideen dann in der Organisation schnell umzusetzen. Nämlich oft weißt du, was du machen müsstest, aber du weißt nicht wie. Und vor allem, was auch öfters immer öfters kommt, und das werden alle noch sehen, ja mit wem, ja. Ich wollte das auch nochmal anstellen, du hast jetzt eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort gebracht, aber wir müssen doch nochmal rein, weil du es jetzt auch nochmal angeschnitten hast. Ich finde es bemerkenswert, dass in dem Riskbarometer von der Allianz es einen Unterschied gibt zwischen den globalen Daten und den deutschen Daten insofern, dass in Deutschland der Fachkräftemangel viel höher gerankt ist. Also wir scheinen hier in Deutschland dieses Fachkräfteproblem nochmal viel akuter zu sehen und ich glaube, auch wenn man auf die Zahlen guckt, ist das auch nicht verwunderlich. Ja, wie kriegen wir das denn gelöst? Also, und welche Fähigkeiten brauchen wir? Das ist etwas, was wir ja auch besprochen haben. Natürlich KI, KI zu bedienen, du hast jetzt das Thema Quantenverschlüsselung angesprochen, aber was sind so die Kernfähigkeiten, die wir in der Zukunft brauchen für die Talente der Zukunft? Also ich gehe mal ganz speziell rein in unser Hauptthema, diese Cyber-Defense. Kannst du dir vorstellen, da ist natürlich auch wirklich rar gesät und als allererstes muss man sagen, und da hilft uns natürlich, remote zusammenzuarbeiten, ist in Cyber kein Problem. Das machen wir schon seit Jahrzehnten. Also man arbeitet remote zusammen, man muss nicht an einem Ort sitzen. Also das heißt, als allererstes, es muss nicht nur jemand sein, der in Deutschland lebt. Also man kann remote überall. Es können auch Deutsche sein, die im Ausland sind und so weiter. Also man kann sehr flexibel zusammenarbeiten. Und das Zweite ist, aber man kann auch diejenigen, die in Deutschland sind, auch mobilisieren für das Thema. Nämlich in Cyber, was ich gelernt habe, geht es viel mehr um Leidenschaft und es geht viel mehr um Bereitschaft, sich in Neues einzudenken und, was ich vorher schon gesagt habe, bereit, open-minded zu sein und mit anderen zu kooperieren. Und wir haben zum Beispiel ein Programm gemacht, und zwar Cyber-Talents zu finden und haben Kursen, Online-Kurs angeboten und mit der Zielgruppe, weil wir ein Projekt auch mit Siemens hatten, für Afrikanerinnen und Afrikaner in ihrem Heimatland, aber auch Flüchtlinge oder Immigranten und wir haben es eigentlich auch Zero Exclusion, wir haben es für alle geöffnet. Und wir hatten, das ging viral, 1.000 Bewerber, wir hatten nur 60 Plätze um die Schulung, aber von diesen 1.000 Bewerbern haben den Eingangskurs Top-Leute gefunden und die 60, die sind richtig gut und die waren alle nicht mit einer mathematischen oder Informatikstudium. Das war eine der besten, war eine Afrikanerin, die hier in Deutschland lebt und eigentlich ein Heckelportal aufgezogen hat und die ist richtig, richtig gut und wir bieten da jetzt Praktikums an, um es weiter anschlussfähig zu machen. Also ich würde sagen, lieber zu gucken und Leute, die Leidenschaft für das haben, zu gewinnen und gar nicht so auf das System, das muss sich, Education muss sich fulminant verändern, das ist klar, aber auch die Möglichkeiten nutzen, was ist denn eigentlich schon da? Auch selbst in deinem eigenen Unternehmen? Finde ich extrem spannend, weil ich meine, wir sehen das natürlich in unserem Unternehmen auch, wir sind extrem divers aufgestellt, wir sind auch remote, wir sind zwangsweise remote gewachsen, weil wir natürlich in der Corona-Krise sehr stark Mitarbeiter zugewonnen haben, aber ich nehme das genauso immer auch wahr. Man muss auch mal gucken, also jetzt auch für unseren Bereich zum Beispiel, wir machen ja etwas, das gab es jetzt in den letzten 10 Jahren oder vor 10 Jahren im Security-Bereich noch nicht so, da gab es dann irgendwelche Klassenraumschulungen, mal zu schauen, was sind die Fähigkeiten denn eigentlich hier? Kann ich die nicht von woanders auch nochmal übertragen? Und was ist eigentlich im Kern das? Und für mich ist dieses Begeisterungsfähigkeit und Neugier immer wichtig im Cyber-Bereich, gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel über Forensik oder Investigation spricht, dann muss da jemand sich ja auch ganz tief reinbohren, sich auch vielleicht in die Angreifer versetzen können und das sind Fähigkeiten, die finden wir vielleicht auch in anderen Bereichen. Es gibt auch ganz tolle natürlich Ausbildungsprogramme mittlerweile, aber ich glaube auch da ist die Kreativität eben gefragt, etwas breiter zu suchen und eben auch gerade internationale Talente gewinnen zu können und da können wir glaube ich in Deutschland insgesamt auch noch ein bisschen besser werden, was Bürokratie etc. angeht. Möchte ich gar nicht jetzt nochmal anschneiden, das wäre dann nämlich noch mal eine Stunde. Also das ist mein Herzensanliegen. Jetzt finden wir zum Beispiel in Kenia oder Uganda tolle junge Talente, die auch toll den Kurs absolviert haben, ein Remote-Praktikum mit Kenia. Wie das bezahlt wird, wie das steuerlich, ich bin ja mal gespannt, also wir werden es jetzt mal ausprobieren, aber das wird bürokratische Wirken geben und wie bezahlst du und wie entlohnst du dann die Mädels in Afrika und so. Also ich kann mir das alles gar nicht vorstellen und da muss man natürlich komplett umdenken und was mir gerade eingefallen hat, es tut es mit diesen anderen Talente, weil die Technik, die handwerkliche Technik, das Hacking ja oder das Defense ja abgenommen wird über KI-Tools. Du musst ja eigentlich dann das Prompten der KI-Tools nur gut können in der Defense und vor allem dieses kritische und kreative, weil wenn mich eine vollautomatisierte eine AI angreift, dann kann ich auch vollautomatisiert eine AI verteidigen. Aber die greifen mich immer mit Menschen ein, deswegen brauchst du auf der anderen Seite immer dieses kritische, kreative Element auch in der Verteidigung. Und letztlich ist das auch und vielleicht ist das jetzt auch ein gutes Schlusswort, auch eine Fähigkeit, die wir als Gesellschaft auch nochmal weiter stärken müssen. Kritisches Denken, Thema Human Firewall haben wir angesprochen. Es wird, glaube ich, immer wichtiger in einer Welt, wo wir nicht mehr ganz vertrauen können, ob die Realität noch wirklich die Realität auch ist. Aber es hilft eben auch bei den Angriffen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, da einfach auch kritisch zu bleiben und das kritische Denken zu stärken. Und die Talente, die das mit sich bringen, die finden wir überall. Aber wir müssen sie aktiv suchen. Genau. Und vielleicht bei mir den Schlusswort, sonst passiert uns das, was bei manchen alle schon gesehen haben, da gibt es ja auch Untersuchungen, Taschenrechner. Und dass die Menschen glauben, dass der Taschenrechner immer alles richtig rechnet und nicht mal mehr 8 plus 7 addieren können, weil ein manipulierter Taschenrechner auf 11 Euro kommt, oder irgendwas anderes. Also ich glaube, das wird die Herausforderung überhaupt, dieses kritische Denken in der Fragen und sich selber seine Gedanken machen, kann das alles überhaupt so stimmen? Und da kommt einiges auf uns zu, gerade wenn wir eben auch aufs politische Jahr nun blicken. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was vermitteln konnten an kritischem Denken. Wir haben viele Themen besprochen, lieber Ralf. Es war sehr, sehr spannend, sehr interessant. Vielleicht vertiefen wir das eine oder andere auch nochmal gerade dieses Thema der kritischen Fähigkeiten. ist ja etwas, was dich auch wirklich sehr, sehr bewegt und begeistert. Aber ich danke dir schon mal. Vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch und danke dir, dass du bei uns warst. Ich danke dir, Niklas. Danke. Ja, und wem das heute wieder Spaß gemacht hat, wenn was dabei war, wenn es interessant war, abonniert uns gerne, hinterlasst uns gerne auch eine kleine Bewertung und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Eerli Studios.